Toilet Brush Gesichtsbürste Wenn ich heute festen Stuhlgang hatte, lege ich noch ein Kilo Griebenschmalz obendrauf. Schlag jetzt zu! Na, der weiß, muss das Internet verzöhnen. Die meisten wollen doch lieber sein Geld. Glaub an die und an den Kopf. Und ein bisschen an die Wissenschaft. Mein Name ist Ben Steffsen von Verschwörungs-TV und ich kann eine Kamera bedienen. Das Grundgesetz ist in Gefahr. Lebenswichtige Entscheidungen, wie die Farbe ihrer Unterhose. Die treffen nicht mehr sie, die trifft nicht die Regierung, die sie gewählt haben. Nein, das entscheiden einzig und allein Ernie und Bert von der Sesamstraße. An alle da draußen, wenn Recht so ein Recht wird, dann in Pflicht zum Widerstand. Stoppen wir gemeinsam, Bernie und Ernie. Na, der weiß, muss das Internet verzöhnen. Die meisten wollen doch lieber sein Geld. Glaub an die und an die Kraft. Und am besten an die Wissenschaft. Ne, möchtest du auch ein Gewinner sein? Bist du der Meinung, dass dein Geld für dich arbeiten sollte? Bist du ein unterschrockner Investor, der auch bei kritischen Fragen nie wegläuft? Dann investiere all dein Geld in mein Venture Capital TechFarm. Da, 5xFTP. Wir haben alle Earlings gecheckt und haben uns für die besten Tech-Companies des Donau-Wallies entschieden. Also komm in mein Team und verzehnfache dein Vermögen und das ohne Risiko. Dafür stehe ich auf meinem Skateboard. Tschüss. Na, der weiß, muss das Internet verzöhnen. Die meisten wollen doch lieber sein Geld. Glaub an die und an die Kraft. Und ein bisschen an die Wissenschaft. Hi, wie ihr vielleicht seht, ich hab mir die Nase machen lassen. 18 Jahre lang war ich total happy mit meinem Gesicht und so. Und jetzt bin ich auch ohne Babyfacefilter schön. Vielen Dank an Dr. Schniedelab für den total tollen Service. Erst reparierte mir die Nase und jetzt hat er mir auch noch ein Fotoshooting besorgt. Uuh, habt ihr euch schon mal verschönern lassen? Und wie ging es euch damit? Schreibt's mir in die Kongress. Na, der weiß, muss das Internet verzöhnen. Die meisten wollen doch lieber sein Geld. Glaub an die und an die Kraft. Und ein bisschen an die Wissenschaft. Und ein bisschen an die Kraft. Na, der weiß, muss das Internet verzöhnen. Die meisten wollen doch lieber sein Geld. Glaub an die und an die Kraft. Und ein bisschen an die Wissenschaft. Na, der weiß, muss das Internet verzöhnen. Die meisten wollen doch lieber sein Geld. Glaub an die und an die Kraft. Und ein bisschen an die Wissenschaft. Und ein bisschen an die Wissenschaft. Und ein bisschen an die Wissenschaft. Schaft